Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Minecraften, in der wir heute Ferngläser craften werden mit OP-Superkräften. Manche davon könnte man auch als Heck bezeichnen. Mitarbeiter aus Moinski. Moinski! Eigentlich wollte ich gerade so cool ranzoomen, aber da habe ich mich verdrückt, dann ist das schiefgegangen. Leute, wir legen los. Also wir können direkt unser erstes Fernglas tatsächlich machen. Acht Stück gibt es an der Zahl und zwar benötigen wir für das erste... Ah, mir fällt da was ein. Also wir brauchen Sand, das ist schon mal gut, beziehungsweise brauchen wir natürlich Glas. Das heißt, das erste können wir schon craften. Aber, was braucht man für ein Fernglas, Elina? Was braucht ein Fernglas in Minecraft? Fernglas in Minecraft, eine Hülse, wo man das Glas reinschmeißen kann. Und aus was craftet man die? Holz? Hä? Elina, ich dachte, du spielst seit der Beta. Das, 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 das Teleskop... Das Teleskop gibt es erst. Da ist ein Verlassungsportal, aber ist jetzt erstmal nicht interessant, interessant, was bitte hier. Ist doch nicht interessant, wir gehen zum Portal. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Richtig, Elina, Kupfer. Ah, ja. Hier, das ist eine dicke 1,18 Höhle. Und da sehe ich... Und da sehe ich auch direkt Kupferroni, Alter. Kupferroni, wo die das hier, ey? Boah, das reicht ja gefühlt direkt für den ganzen Stack, weil wir brauchen nur zwei pro Fernglas. Junge, wir haben... Hä? Wie viel hast du? Null. Wieso habe ich 28? Bergbank, bumm. Gefolgt von einem Double-Ofen. Elina! Zack, zack. Da tun wir rein. Kohle, die wir leider nicht haben, aber wir haben Holz. Das heißt, wir tun Holz rein. Bumm, fertig. Das birnt jetzt schön durch. Wait. Wir nehmen das raus, machen da Glas rein. Wichtig, weil wir brauchen da Glas direkt für unsere Welt. Erstes Cheetah-Fernglas. Zwei Kupferbaren, gefolgt von einem Glas, ergeben das... Ich müsste doch nicht verraten, Elina. Was sagst du? Was sagst du hierzu, ey? Das Glasglas, lol. Das sieht die scheiße aus, wenn ich so gucke. Okay, bitteschön. Oh, da sieht es aber cool aus. Unsichtbare Glas. X-Ray-Glas. Und jetzt guck mal durch. Oh! Okay, okay, warte. Ich guck mal. Okay, es hat anscheinend begrenzte Range. Ah! Okay. Ah, das baut alles ab. Immer wenn man reinzoomt, baut es alles ab, außer Erze. Okay, ist jetzt ja nicht genau X-Ray eigentlich, aber... Wer als erstes Dia findet, ist King-A-Ring. Oh, okay. Okay. Ah! So. Das war sehr knapperone. Ja, Dia sind halt leider sehr, sehr tief, ne? Da muss man... Boah, man kann aber krank tief mit denen putzen, ne? Ich glaube, tatsächlich, man kann sogar unendlich tief gefühlt. Wie komme ich denn da jetzt runter, Leute? Ich muss mir einen Weg graben. Erstmal muss ich was essen, ich bin gleich tot. Ich bin auf Höhe. Erstmal brauchen wir Eisen, Elina. Oder erst mal eine Eisenpicke. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Verglas nach meinem Geschmack. Wir brauchen einen Eisenblock, Elina, tatsächlich. Und einen Dia für die nächsten zwei. Hab ich ganz viele. Hab Dias! Oh, nein. So schnell? Ja. Ich brauche einen Wassereimer. Das ist ja alles viel zu heftig mit dem Runtergehen. Boah, Elina schon auf Bedrock-Level hier. Hey, gib mir mein Eisen wieder. Das ist für Eisen. Ich habe doch noch vier. Was soll ich denn da haben? Wir brauchen einen Block, Elina. Und wo sind deine Dias? Ich sehe keinen Dias. Das geht mit Gelug. Nee, nee. Ich habe mir doch gerade Eisen geholt. Da sind sie. Schaut, dass man die Ärzte nicht auch mit abbauen kann. Jetzt haben wir den Ofen oben gelassen. Und das Holz. Elina, ist das Holz? Ja, aber du wolltest es gerade eben nicht benutzen. Ja, aber jetzt brauche ich es. Ich weiß nicht, ob es dir geben soll, wenn... Wir sind Diamanten. Als erstes Diamanten gefunden, nicht. Hä? Ha, 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 ha. Ich bin im Ofen. Hä? Wir müssen auch Kohle irgendwie. Die auch so tief gibt es. Ach, da. Du hast zweimal Diamanten gefunden, ne? Ja, ich weiß. Nee, weißt du gar nicht. Wo sind die anderen? Na, wusste ich, dass es sind da irgendwo. Nee, falsch. Wir haben jetzt eine eigene Eisenpicke. Tun wir mal eine eigene Diamanten, Elina. Was ist das Falsche? Wozu braucht man überhaupt ein Schwert? Ein Schwert ist komplett sinnlos geworden. Ah, für mega viele Monster. Ja, aber wo trifft man in Vanilla Microsoft schon mal so 10 Zombies an einer Stelle, dass ich das irgendwie... Du hast da einfach deine Eisenschlüsse hier liegen lassen. Nein. Ah, nee, das ist eine Steinschlüsse. Drei Diamant-Doronis. Das heißt, wir können direkt übergehen zur nächsten... Zum nächsten Fernglas, Elina. Was wir da machen mit... Brauchen wir nicht noch Eisen? Ah ja, stimmt. Einen Eisenglock können wir auch direkt machen. Hast du Eisen? Nee. Hat er? Hier ist Eisen. Ich liebe die 1,18. Okay, es liegt vielleicht auch an dem OP-Fernglas, aber ich habe schon wieder Diamanten gefunden. Oh, das ist ein dickes Vorkommen. Aber damit jetzt nach Eisen so zu suchen, ist gar nicht so einfach, ne? So, da haben wir schon sechs Eisen. Dahinter ist noch mehr. Und dann sollten wir auch durch sein mit der Geschichte. 18 brauchen wir insgesamt noch mit dem Eisen, was Elina hat. Und den Eisenbaren sieht das gut aus. Wir müssen jetzt irgendwie diese Base wiederfinden, Elina, die wir da gehabt haben oben. Ja, kein Problem. Für mich. Kupfer. Kupfer raus. Eisen rein. Kupfer raus. Eisen rein. So. Äh, dann machen wir jetzt mal, Elina. Hier hast du zwei Kupfer. Kannst du selbst craften. Kupfer, Kupfer. Und obendrauf ein... Wow. Das sieht gefährlich aus. Multiplikationsfernglas. Okay, was kann das? Na, ist multipliziert. Was mit einem Diablock? Soll ich einen Diablock machen? Vielleicht Items? Hm. Da passiert nichts. Wie funktioniert denn das? So, ich habe jetzt hier eine Kiste. Da ist drin Erde. Und Himmalfleisch. Ah. Oh, das hast du gemacht. Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist da gerade passiert. Du hast gerade einen Erdblock rausgekommen. Ah, warte mal. Man kann anscheinend irgendwie einen Block markieren und den dann einfügen. Verstehst du? Ja, ich weiß sie. Ah, was musst du machen? Elina, pass auf oder ich mache dich auch zu Holz. Ah, ich verstehe. Du musst gedrückt sein und dann rüberziehen. Hast du? Das heißt, das Erste, was wir jetzt mal machen, ist ein Diab... Ja, okay, mach schon. Genau. Anvisiert. Das ist geil, ne? Alter, guck mal, man kann unendlich malen. Ich mache die Bäume, da hätten so Diabäume. Ja! Aber das bringt uns hier vorhin nichts. Nee, das bringt uns gar nichts, aber ich fand es auch so cool. Boah. Da ist es... Junge. Da kommt direkt ein Wanderergeier an. Ja, wirklich, der kommt direkt die Diamanten hier. Der hat... Der hat hier... Ey! Das hat gespuckt. Der hat direkt hier einen dicken Deal gerochen. Einen dicken Osterrabatt. Junge, Alter! Elina, du wirst... Ja, das kann ich hier nicht dulden, Leute. Bist du hier einfach hin und her spuckt. Das finde ich sehr unhöflich. Was hast du im Angebot? So, ein Diablock, würde ich sagen, heb mal auf für den Notfall-Aroni. Und dann gehen wir hier schön rein in... Oh, ich habe hier so viel von diesen Hüllsteinen. Meine Güte. Hüllsteine. Dann gehen wir hier full rein in den Double-Triple-Crafter. Und machen uns... Das kann ich auch voll Tools machen, warte mal. Wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe nicht genug Holz. Können wir kopieren? True. Zack. Aber kann man... Das müssen wir uns mal probieren. Können wir auch gefüllte Kisten kopieren? Weil das ist halt natürlich eigentlich am OP-sten, ne? Oh, ein Haus, Ben. Jetzt passen wir aber vorsichtig, ne? Ich mache jetzt hier die Kiste hin. In diese Kiste packe ich eine Reihe Brot jetzt zum Beispiel, ne? Jetzt habe ich das... Ah, warte mal. Shift, so. Oh, ich denke, das klappt. Nein, die sind leer. Schade, klappt nicht. Ah, wäre aber geil gewesen, ne? Mhm. Schade, schade. Guti. Gleiches Crafting-Prinzip. Jetzt... Achso, warte, ich gebe dir mal die Hälfte vom Kupfer. Dann Kupfer, Kupfer. Eisenblock. Minion-Spy-Glas. Ah, dann spawnt man immer einen Eisengolem. Leider ist es halt Tag. Wir können gerade nicht testen. Ah! Tut mir leid. Okay, das riecht nach Butterfly wieder. Oh! Alter, der eine hat sich weggekickt. Der eine wollte manche vor nicht angreifen. Nein. Hey, wohl! Warum? Hallo! Kann ich doch. Ihr seid meine Söhne! Was ist das? Oh Mann, ey. Kein Verlass, mir auch fliegt dir nach. Ciao. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem, weil wir rennen vier hinterher, Alina. Haben die genauso viel HP? Das sieht verdammt immer so aus. Die fährt ziemlich komplett, denke ich. Ah, die haben eine kleine Range-Gruppe. Ah! Oh! Oh, zum Glück ist da Wasserheiligem, oder? Der Drop war lustig. Als nächstes benötigen wir einen bemosten Steinziegel. Den bekommen wir mit einer Ranke. Das wird zu kraften. Und das heißt, wir müssen einen Dschungel finden. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Und wir bauen ab. Wir brauchen zwei. Eine für Nina, eine für mich. Wir brauchen einen Ofen. Dort brauchen wir erstmal Cleanstorm. Zack, Steinziegel, zack, bemoste Steinziegel. Hier hast du einen, Alina. Oh, das hat mir beide gegeben. Hier hast du einen. So, zwei Kupfer, bemost. OPs by Glass. Das sieht aber auch gefährlich aus. Zwar ein wildes Crafting-Rezept irgendwie, aber der... Okay, mal sehen, was das kann. Wir gucken mal. Okay, spawnt eine Kiste. Okay, ich vermute, in dieser Kiste ist heftiger Loot. Oh, ja. Ah, Schutz 3. Okay. Das kann man schon mal beides definitiv am Ende nehmen. Okay, es sind immer unterschiedliche Sachen. Das ist schon mal sehr wichtig. Schusssicher. Brauchen wir jetzt eher nicht. Brauchen wir auch eher nicht. Brauchen wir. Brauchen wir. Definitiv. Ich muss mal ein paar Kisten machen, Leute. So viel auf einmal. Boah, da wird einem ganz schwindelig, wenn man das ganz schnell macht. Ja, ja. Glück Schaufel. Die kann man doch immer gebrauchen. Drei Dias. Nehmen wir auch noch mal mit. Brauchen wir nicht. Äh, nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Boah, Reparatur. Äh, Fluch des Verschwindens ist ja eigentlich egal. Schutz 3. Nehme mal. Jetzt brauche ich nur noch eine gute Brustplattenverzauberung, Elina. Dann bin ich da ready to go. Ich brauche noch einen Helm. Hab eine. Na, Fluch der Bindung. Ich hab Schutz 3. Ich hab Schutz 3. Ohne Fluch der Bindung. Yeah. Hier in der. Ah, perfekt. Das finde ich doch mal eine. Ich hab gar keine Schuhe. Die fällen mir auf. Warum hab ich keine Schuhe? Als nächstes brauchen wir einen Verzauberungstisch. Das heißt, wir können hier schon mal das Zucker rum. Ach, eine Kuh haben wir direkt auf. Das ist ja praktisch. Dann hier. Zack, zack. Hab ich genug Leder. Zwei. Ich hab noch eine Kuh. Ich hab noch, dann haben wir vier. Ich hab hier aber, denke ich, irgendwie in der Nähe hab ich ein Portal gesehen, oder? Ach, ja, ganz am Anfang, meinst du? Nee, nee, ich mein auch hier. Ach nee, das sah nur so aus, als das Holz. Verdammt. Dann lass mal zurückgehen. Ja, weil dann können wir das einfach duplizieren. Boah. Aua, aua, aua. Nein. Ich hab dich zum Löschen. So. Jetzt brauchen wir das Multiplication hier. Warte, warte. Ich kann ein Portal machen. Ja klar, easy. So. Haha, geil. Okay, aber wir brauchen noch mehr. Das heißt, wir machen jetzt hier mal noch. Hey, ist ein Feuerzeug direkt drin. Ja. Perfekt. Ich hab die mit Glück genommen. Oh, Haltbarkeit? Mann, hatte ich nicht welche mit Effizienz auch? Helf mir mal, Lina. Wir brauchen vier. Buch. Dia, dia. Obsidian. So. Ah, wir haben nur eine, Lina. Das ist ja nicht schlimm, oder? Kupfer, Verzauungstisch. Problem. Killer Spyglass. Boah. Was macht das? Das hat so ein Laserstrahl. Ich will das mal sehen, wenn du das benutzt. Und brennst du so. Ja, weil ich auch magma stehe. Zeig mal, wie das aussieht. Boah, Alter. Das sieht krank aus, ne? Ey, Joke, Lina. Entschuldigung, ich hab dadurch nichts gesehen. Du hast mich angelasert. Ab innen sind also. Quarz, let's go. Da haben wir zum Glück direkt das Portal. Das heißt, wir sollten das innerhalb von einer Millisekunde am Ende auch finden. Ja, da oben. Irgendwie fehlt so ein Fliegeding, ne? Portal Spyglass. Okay, was kann das? Ah, ich sehe schon an den Farben. Ah, ja, 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 ja. Das ist Portal gar nicht wie ein Portal Gun Spyglass. Wow. Ah, doch. Das war komisch, aber... Nee, du musst von der richtigen Seite durchgehen, glaube ich. Ja, genau. Ja, also, ist sehr geil. Wüsste ich jetzt aber nicht so, was wir brauchen jetzt gerade. Aber ist schon strong. Kannst du halt gut zum Festungssuchen nehmen, ne? Machst du halt am Anfang oder machst du hier halt ein Portal, dann suchst du eine Festung, jetzt du gefunden hast, farmst du und dann bam, zurück. Fehlen noch die zwei letzten und besten Ferngläser. Zuerst, ich will es noch nicht verraten, aber wir brauchen Creeper dafür. Hier sind meine ganzen Mini-Grohlems. Wo sind die Creepies? Fress den Killer-Laser. Oha, guck mal, der schwebt. Der fliegt, du hast die Macht. TNT. Kupfer. Lass mal verdoppeln. Scheiße, Helena. Nein, was ist passiert? Das wäre eine verdammt gute Idee gewesen, hätte ich nicht gedacht hab. Ich hab das Newt Spyglass. Schildkröten, guck mal. Nein, nicht die Schildkröten, Alter. Und halt die Arm. Kann ich das auch schnell? Oh. Ich sehe, dass du so nah das anstehen willst. Das ist gar nicht so krass. Weiß ich nicht, das hat auch radioaktive Dinger da, ne? So ein Affe, Alter. Du hast ja gesagt, es ist nicht so stark. Au, Junge. Okay, Elina, das ist Zeit für... Butterfly. Ist nett, ist nett, sag ich mal, ne? Zu guter Letzt benötigen wir etwas, was wir auf dem Ozean besonders leicht finden. Also brauchen wir ein Boot, Elina. Haben Sie ein Boot? Ein Boot kann ich machen, gar kein Problem. Okay, machst du es schon selber. Ja, Boot. Sag ich, wir haben eine gefunden. Und zwar brauchen wir nämlich ein Amethyst-Block. Ganz einfach dafür. Das heißt, wir schwimmen jetzt hier rein. Schnappen uns unsere Spitzhacke. Bauen ab. Neben eine Werkbank. Ich glaube, ich habe doch schon wieder die achte Werkbank in diesem Projekt hier saue gemacht. Wir brauchen hier viel Kupferblöcke und keine Amethyst-Blöcke. Und da haben wir das letzte. Ich habe auch fast die ganze... Boah. Boah, ist das ein riesen Fernglas. Oh. Was ist passiert? Ich habe dich riesig gemacht. Alter, Junge. Riesig, ach so. Warte, ich mache den Fisch riesig. Wer geht es nicht? Oh, doch, 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 doch. Oh, was ein riesen Oschi. Hatte dir müssen ja absolut riesig, ey, Hüfe. Oh, ich würde mich gerne ins Boot setzen. Ich steige mal an, das Boot an. Geht aus? Ich kann da nicht rein. Ich kann aber wegschwimmen, glaube ich. Ich bin sehr schnell, als ich war, dass du so groß bist. Elina, du musst mich auch größer machen. Ah, okay. Warte, warte. Ich stelle mich hier bereit. Gab's? Ja, es passt auch von der... Oh. Ah. Man macht nochmal auf mich. Kann ich noch größer sein? Nee. Ei, das ist wieder. Junge, die Anzeige ist komplett verpackt. Nice. Das waren alle acht neuen Ferngläser. Wenn ihr die Mod auch spielen wollt, checkt den Link in der Videobeschreibung ab zum Patreon von Wisp. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Flaggt den Like-Button und den Abo-Button. Bis morgen, euer Benson. Ciao. Ciao.